Wie geht's? Ja, aber setzen tut gerade echt gut. Wir sind heute hier im Times Square Center. Wir waren jetzt schon vor einigen Tagen hier und haben hier was total Abgefahrenes entdeckt. Hier gibt es nämlich einen Freizeitpark in diesem Center des Times Square 3 Theme Parks. Genau. Und da gibt es eine Achterbahn, die man vielleicht vielleicht hört. Und ja, wir gehen da jetzt heute hin. Wir zahlen 15 Euro und können hier den ganzen Tag rumfahren. Auch fahren, so viel wir wollen. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Let's go! Wir sind heute hier im T-T-T-T-T-T. Wir sind heute hier im T-T-T-T-T. Wir sind heute hier im T-T-T-T-T-T. Wir sind heute hier im T-T-T-T-T-T-T. Wir sind heute hier im T-T-T-T-T-T-T-T. Wir sind heute hier im T-T-T-T-T-T-T-T-T. Wir sind heute hier im T-T-T-T-T-T-T-T-T. Wir stehen jetzt hier gerade vor der Achterbahn und wollen nach ganz vorne in die erste Reihe. Und wir sind sehr gespannt, das ganze Ding hier ist einfach so abgefahren, also so cool gemacht. Let's go! Wir stehen jetzt hier gerade vor der Achterbahnhof. Wir stehen hier gerade vor der Achterbahnhof. Wir stehen hier gerade vor der Achterbahnhof. Wir stehen hier gerade vor der Achterbahnhof. Und? Das ist schon süß. Was soll man sagen? Ich hab gedacht, da passiert noch ein bisschen mehr. Aber gut. Hat trotzdem Spaß gemacht. Wir stehen hier vor der Achterbahnhof. Wir stehen hier vor der Achterbahnhof. Das war knapp. Warte, land schnallen. Das geht's richtig ab. Und wir hoffen, dass wir die Fahrt überleben. Oh mein Güttnisssssssss Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh nein, das ist nichts für mich. Oh nein. Oh shit. Wir haben es geschafft. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn wir gleich aufstehen. Wenn ich ehrlich sein soll, wäre ich ein bisschen schlecht. Oh Mann. Erstmal ein kleines Feuchtchen. Wie geht's? Ja, aber setzen tut gerade echt gut. So, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg. Wir können auf jeden Fall sagen, dass es ein Besuch wert ist. Müsste aber auch ehrlicherweise dazu sagen, dass wir es jetzt nicht noch ein zweites Mal machen würden, weil es halt sehr kindgerecht gemacht ist, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine Erfahrung gemacht. Unglaublich viel Spaß. Was ein bisschen blöd ist, was wir fanden war, dass man hier drin auch noch einige Sachen extra bezahlen muss. Finde ich ein bisschen ungeschickt. Aber gut, trotzdem ist es eine einmalige Sache. Kommt auf jeden Fall her. Ist auch nicht so teuer und es macht wirklich Spaß.